Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1955. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Anrufer ist unbekannt. Soll ich den Anruf annehmen? Der Anrufer ist unbekannt. Soll ich den Anruf annehmen? Der Anrufer ist unbekannt. Soll ich den Anruf annehmen? Die Reinigungsarbeiten im Haushalt machen wir immer gemeinsam. Die Reinigungsarbeiten im Haushalt machen wir immer gemeinsam. Bitte folgen Sie diesem Weg. Er führt zum Ausgang. Bitte folgen Sie diesem Weg. Er führt zum Ausgang. Bitte folgen Sie diesem Weg. Er führt zum Ausgang. Wir müssen über die Ergebnisse der letzten vier Wochen sprechen. Es hat sich kaum etwas geändert. Wir müssen über die Ergebnisse der letzten vier Wochen sprechen. Wir müssen über die Ergebnisse der letzten vier Wochen sprechen. Es hat sich kaum etwas geändert. Wir haben heute noch einige wichtige Punkte zu besprechen. Wer führt das Protokoll? Wir haben heute noch einige wichtige Punkte zu besprechen. Wer führt das Protokoll? Wir haben heute noch einige wichtige Punkte zu besprechen. Wer führt das Protokoll? Ich bin begeistert. Natürlich bin ich enttäuscht, weil Michael mich verlassen hat. Trotzdem geht das Leben weiter. Natürlich bin ich enttäuscht, weil Michael mich verlassen hat. Trotzdem geht das Leben weiter. Auf diesem großen Grill werden verschiedene Fleischsorten zubereitet. Hallo Yvonne, kannst du Dienstag den Dienst mit mir tauschen? Hallo Yvonne, kannst du Dienstag den Dienst mit mir tauschen? Die Kopfschmerzen hören nicht auf. Ich muss zum Arzt gehen. Die Kopfschmerzen hören nicht auf. Ich muss zum Arzt gehen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Es ist unglaublich. Damit hätte ich nie gerechnet. Mein Vater wollte, dass ich studiere, aber ich habe mich schon immer für Autos interessiert. Mein Vater wollte, dass ich studiere, aber ich habe mich schon immer für Autos interessiert. Hier wird genau erklärt, worum es bei unserer Aktion geht. Hier wird genau erklärt, worum es bei unserer Aktion geht. Hier wird genau erklärt, worum es bei unserer Aktion geht. Ich hätte auch gerne einen so schnellen Sportwagen wie Sabrina. Ich hätte auch gerne einen so schnellen Sportwagen wie Sabrina. Ich hätte auch gerne einen so schnellen Sportwagen wie Sabrina. Ich freue mich, dass alles so gut geklappt hat. Ich freue mich, dass alles so gut geklappt hat. Wir müssen noch einmal über das Computerprogramm sprechen. Ich sage den Termin jetzt ab. Ich habe keine Lust, länger zu warten. Wir sollten unsere Geschäftsstrategie noch einmal überdenken. 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 Der Schiedsrichter pfeift, um das Spiel zu unterbrechen, wenn es eine Verletzung gibt oder wenn der Ball außerhalb des Spielfeldes ist. Für ein jugendliches Aussehen bin ich zum Ausprobieren vieler Dinge bereit. Für ein jugendliches Aussehen bin ich zum Ausprobieren vieler Dinge bereit. Für ein jugendliches Aussehen bin ich zum Ausprobieren vieler Dinge bereit. Unser Garten ist naturbelassen und sieht trotzdem gepflegt aus. Unser Garten ist naturbelassen und sieht trotzdem gepflegt aus. Dort wachsen Pflanzen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Der Vorrat an diesem Nahrungsergänzungsmittel geht zur Neige. Der Vorrat an diesem Nahrungsergänzungsmittel geht zur Neige. Der Vorrat an diesem Nahrungsergänzungsmittel geht zur Neige. Ich suche eine Bestellnummer. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und wir werden uns auf dem Nahrungsergänzungsmittel geht der Neige. Vielen Dank.